Ich sehe eine Menge Gegner vor dir. Sam, du befindest dich in einem Irrgarten. Nutze ihn zu deinem Vorteil. Mach ich doch immer. Na aber sicher macht der gute Sam das immer. Hallo Leute, ich bin erst einmal wieder zurück. Ja, ich war jetzt etwas länger abwesend. Ja, 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 ja. Es war mal wieder etwas zu tun und stellenweise war überhaupt keine Zeit gewesen. Und ich muss erst mal gucken, wo es hier weitergeht bei Splinter Cell Blacklist. Wo sind wir zuletzt abgestorben? Wo bin ich zuletzt abgestorben? Ah, ich meine mich zu erinnern. So, erstmal mal die Steuerung muss ich wieder reinkriegen in eine Birne. Wie war denn das? So, da oben war Fick. Das Signal ist gestört, das ist schon ein Traum, ist das hier. Bah! Da ist ein kleiner Robotnik. So, ja, ähm, ähm, wo ist es? Da hinten. So, und was zum Geier war, überhaupt noch mal die Mission Feuerwehrleute werden angegriffen. Aha. Das war irgendwie diese Benzimmission, glaube ich, oder? Oh. Äh, wir waren noch mal schleichen. Ah ja, ich glaube so. Äh, dich machen wir mal. Puff. Wie ist überall hell. Das ist ja nicht so. Puff. Äh, ach, ich bin im Dunkeln sehr cool. Sehr cool. Sehr cool. Sehr cool. In meinem Namen sehr cool. Nein. Hör, das war knapp. Äh, ich bin der sehr cool. Ich komme aus, äh, Türkei. Weißt du? Eigentlich müsste ich die beiseite schaffen, ansonsten schlagen die bestimmt Alarm oder sowas. Oh, oh, noch mal. Ach, ist das der Typ? Nee. Aber es wäre ein Vorteil, wenn der, äh, ja, nicht mehr so schnell Mucks macht. So, hier bin ich noch im Schatten. Ich sollte nicht so verschwenderisch mit der Mund rumgehen, Alter. Oh. Ist da was? Nee, der steht da drüben. Oh, 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 ich höre, ich höre, was, 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 was? Ach, ich hätte einfach nach oben gehen. Ach, toll. Ach so, ich hätte gedacht, das Geräusch war jetzt irgendwie so eine kleine Alarmgeschichte. Hier ist hell. Ah! Ah, ich glaube, ja, okay, das gehört doch zum Spiel, alles klar. Puff! Hey! Ich sag, hallo? Hä? Komm schon. Wo? Aha. Okay. Ich hab, ich dächt, ich hätte genau in diese Lichtkegel Dingensgedönse reingeschossen. Puff! So, jetzt weiß ich nicht. Was ist das? Ah, das... Hab ich doch richtig gehört. Höh! Das ist denen sein kleines Helferlein. So, mal schauen. Höh! Boah! Hier geht's den Sears. Warten auf Rettungsschutzschrauber, bleib in Bewegung. Ha! Ach, das geht auch schnell. So, hier, leapt up! Leapt up! Leapt up! Zack! Hui! Gehackt! 40.000 Piepen! Yeah! So, Munition wäre jetzt gar nicht mal so unübel, weil ich so verschwenderisch war. Kann ich ja nachladen? Nee, ist schon. Das ist noch fünf Schuss. Das ist ja toll, das ist ja... Das ist hier. Äh, achso, ja, runterspringen. Da, so, wo wir die Munitionsgäste... Ich muss doch da lang. So lang! Gib mir eure Rettierungspunkte. Wo? Da vorne ist die Feuerwache. Die Erstversorger sind direkt davor in Deckung gegangen. So, hier, irgendwo ist jetzt... Ach, da, okay. Sehr cool. Sehr cool. Das Feuer ist außer Kontrolle. Du musst alle Ingenieurs ausschalten, bevor sich das Notfallteam wieder an die Arbeit machen kann. Ah, okay. So, erst mal den Nachschub... Nachschub aufgefüllt, ja. Ingenieurs-Neutralisierung. Was ist denn hier hoch? Nee. Oh, ja, hier sind ein paar. Ein paar Männlein sind da. Tralali, tralala. Ich würde gern... Danke. Seh nix. Danger, 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 danger is my second. Vornehmen. Kann ich dich irgendwie... was? He's gonna die! I can't just leave him here! He's already smashed. He's already smashed. Let's go for a second. Now get your ass back there! Listen, I can't just... I said move! Now! All personnel lost reach, but I'm safe distance from storage areas within 2 minutes. Whoa! Das kommt schon her! Komm schon her! Ja, haha, hi! BAMS! So, Stealth Knockout. Stealth. Stealth Spiel. Okay, den unten soll ich... Ne. Soll ich nicht einfangen? Okay, jetzt ganz leises Sam. Hat der eine Panzerung an? Ja, der hat eine Panzerung an! Äh... Alter, die haben alle so eine Schei... Oh, oh... Die kann ich bloß von hinten oder von oben aus knocken. Hä? Ist da drum noch einer? Ja, da drum ist noch einer. Scheiße. Wo ist denn jetzt hin gelaufen? Hä? Wo ist denn jetzt hin gelaufen? Eich, eich, eich... Ja! Wenn der... Scheiße, ich wollte sagen, wenn der jetzt hier rumkommt, dann wär's ja toll. Aber der kommt leider nicht hier rum. Scheiße! Ich meine... Code. Was macht denn der da? Sch... Sch... Schön. Wie mach ich das jetzt am dümmsten? Danger! Danger! Puff! Puff! Hier bin ich aber nicht im Schatten, oder? Kann das sein? Doch! So, einer kommt jetzt hier lang, den kann ich jetzt von... ... oben plätten, hoffe ich. Weh, du guckst jetzt runter. Haaa! Bääm! Motherfucker! Hehehe! So, das war noch einer. Den da unten soll ich einfangen? Was machst du? Du bist da! Warte, ich kann mich doch aber... ...Kante klettern und dann... Hui! Läuft doch ganz gut! So, okay, dichter soll ich ein... Dichter! Dichter! Ich bin dicht da! Alter! Dichter! So, halt, ich schnapp mal. Huah! Heieieieiei! War ich zu laut? Das ist, äh... war knapp. So, so, dich versteck mal so leicht hier hinten. Fixieren und markieren. Das machen wir doch gerne. So, da steht da oben noch so ein Hannes. Was bist du für... Einer mit Helm, das ist nicht so... Komm ich... Uäh, nicht so schnell, Sam. Komm ich irgendwie hier hoch. Ähm... Ich soll jetzt... Die alle hier jetzt... ausknucken, oder wie? Äh... 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 Puff! Mann, ausgefallen. Der Schütze ist da lang. Oh, oh. Did you see me? I don't think so. Der Schütze ist da lang? Meinst du? Mist, jetzt muss ich da hoch. Ich kann nicht bloß da hoch, oder was? Oh, hier brennt's. Ah, hier kann ich hoch, okay. So, du bist da irgendwo? Scheiße, man sieht mich jetzt nicht. Ah, ich war zu laut vorhin. Okay, jetzt erst schleichen. Oh. Mist, der Winkel war doch blöd. Ähm. Hui! Batz. Ist das jetzt einer von meinen Leuten? Ja. Chief, alles okay. Ihre Männer können weiterarbeiten. Danke für die Hilfe. Jetzt können wir endlich alle evakuieren. Kann man das Feuer nicht irgendwie löschen? Die Hauptgasleitung pumpt das Gas direkt ins Feuer. Wenn's die Pipeline erreicht, macht's peng. Wir könnten genauso versuchen, es auszupissen. Wie geht's ihm? Verstanden, Sam. Such einen Ausgang für dich. Nein, ich meine, warte. Wenn du ein Terminal finden kannst, kann ich den Virus ausschalten. Das System reinigen. Chief, wo ist der Kontrollraum? Oben im Terminalbereich. Ist zu gefährlich da? Ich hab Verstärkung, das wird schon. Viel Glück, Chief. Wenn ihr einer Glück braucht, dann sieh. Wenn du es bis in den Terminalbereich schaffst, Sam, kann Charlie den Gaszufluss stoppen. Sag mir, dass mein Anzug Feuer festlöst und ich versuchte... Ah! Viel Glück dabei. Alter! Was macht das denn jetzt? Das Feuer auspissen. Ja, das wäre eine gute Idee, aber das... Oh! Aber das stinkt immer so. Ja, ich weiß, ich soll eigentlich da rüber, aber... Vielleicht gibt's ja doch noch einen anderen Weg. Nein, vielleicht doch nicht. Bäh! Nicht hier rüber. Ähm... Huch! Okay. Das war jetzt Zufall. Ich meine, das war Absicht. Ich wusste ganz genau, dass es da hoch geht. Also... Haha, ich bin Pro-Gamer. Ich weiß sowas. Ähm... Ähm... So. Hoi, hoi, hoi. Äh, this is not so good. I think. Sam, ich habe die Funksysteme der Engineers im Terminalbereich gehackt. Bist du mit Herrn? Aber gerne doch. Abseilen? Bäm! Wir gehen jetzt im Terminalbereich. Gut, der Kontrollraum ist in der oberen Etage. Das ist ja ein Traum. Äh... Bin ich überhaupt richtig? Ich weiß das gar nicht. Ähm... Hallo? Seite wechseln. Aha. Ich muss... Eigentlich muss ich da... Hallo, Sam? Hier entlang. Danke. Eigentlich muss ich jetzt... Da... Oh. Seite wechseln. Ah! Ich bin so gut. Oh, jetzt ist gerade ein bisschen Dölle laut auf dem Rund. Kleinen Moment. Muss mal kurz leiser drehen. Ich kann ja schon mal hochklettern. So. Hoi. Los hoch. So, jetzt bin ich doch hier richtig. Ich bin mit Absicht zu weit, weil ich jetzt nicht in das Feuer reinlatschen wollte. Tja, ich bin im Kontrollraum. Verbinde dein Lokseff mit dem Hauptterminal. Ich habe über das erste Mal Zugriff. Äh... Hier oder was? Sekunde. Ja, ich hab's. Du hast es geschafft, Charlie. Hab vollen Zugriff. Auf Lampen, Türen, Überwachungskameras. Moment. Das könnte der Anführer sein. Er ist als Sanitäter verkleidet. Schick dir die Position. Dann los. Okay. Anführer der Ingenieurs erreichen. Das könnte der Anführer sein. Öffne der Tür. Der kürzeste Weg zu ihm. Bleibt wachsam. Die Ingenieurs wissen jetzt, dass wir hier sind. Sichere dich. Verstanden, Sam. Okay. Uah, da kommen sie schon. Das ist natürlich nicht so gut. Ob ich das schaffen kann? Das erfahren wir. Ja, ja, ja. Das erfahren wir in der nächsten Folge. Also dann haut rein, fahrt mit bis auf ein Auto und Tschüssi.